Wo ist denn der Kfz-Fuzzi? Oh, was sehe ich denn hier? Hier liegen auch ein paar Sachen rum. Hallo. Hi, Deutsch. Hfz-Fuzzi. Pippig wie in der Uhr hier. Hast du dich nur eine Stunde verspätet? Was war? War Stau? Ja, ich habe es nicht geschafft eher. Ah, ja. Und du? Was soll ich machen? Ich wasche meine Hände seit zwei Stunden. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Auch gut, guck mal. Immer noch so. Hast du dir nicht gedacht, ey, was ist das denn hier? Doch, das habe ich mir gedacht. Ja. Wir wollen heute versuchen, das zu reparieren. Gucken, wie wir das machen, weil hier gibt es ja Probleme, ne? Guck mal hier zum Beispiel. Können wir von hinten arbeiten. Aber hier können wir nicht von hinten arbeiten. Also bei oberflächlichem Essen? Das ist ja so gepresst-mäßig, ne? Das Ganze. Da sieht man das von innen nicht, ne? Nein. Macht das nicht mehr Sinn, wenn wir direkt von außen arbeiten? Das ist ja mein AMG-Paket für den SLK. Spoiler hast du gesehen? Ja, das sieht doch schön aus. Ja, das sieht doch schön aus. Ich finde das schön. E46. Echt jetzt? Das ist ja von meinem Spoiler. Den hat mir ein Abonnent mal mitgebracht. Schöne Grüße an ihm. Ist ja gar nicht der für den. Nein, das ist nicht für den. Aber weißt du, was ich überlegt habe? Das einfach in die Sonne tun, dass es so heiß wird, dass wir den vielleicht noch biegen können. Und dann haben wir vielleicht diese, ich sag mal, ja, ein Zentimeter an der Seite jeweils. Ne, dann würde ich es weglassen. Nein. Wenn das da nicht passend ist. Das ist fast die gleiche Farbe, ne? Ja, aber das ist ja nicht der für den. Ich würde den gar nicht benutzen. Ja, das ist nicht für den, aber ich finde den sehr schön. Besser als dieses China-Zeug. Ja, original kriegst du eh nicht. Egal, ich lass das komplett weg. Warum? Ich krieg doch das Auto irgendwann. Was kriegst du? Das Auto krieg ich doch irgendwann. Das höre ich 7000 Euro. Die linke Seite sein, genau. Weil den können wir zur Seite tun, weil da ist gar nichts. Der ist top. Die drei müssen wir machen. Einmal hier. Nur hier an der Seite? Hier an der Seite ist der kaputt. Hier. Das ist die hintere Stoßstange. Einmal da und da. Hier ist, glaube ich, nur ein fetter Kratzer. Ich glaube, der ist nix. Das sieht doch ein bisschen tief aus, ne? Hier ist der auch in Ordnung. Natürlich. Und dann kommen wir natürlich. Das größte Problem ist natürlich hier, ne? Du siehst. Hier, 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 hier. Hier an der Seite. Überall. Also vorne hat er wirklich überall. Ja, vorne müssen wir echt zusehen, wie wir das hinkriegen. Ich habe mir natürlich ein paar Videos angeschaut. Glaubt mir, das kriege ich hin. Ich habe vergessen, den aufzuladen. Nein. Okay. Hast du Zeit mitgebracht? Ja, wir wollen es ja durchziehen, also muss ich bleiben, oder? Oh, nee. Oh! Warum bohren wir jetzt? Damit die Risse nicht weiter aufreißen. Hoffe ich. Sonst haben wir noch ein paar Löcher hier. Ah ja, natürlich macht der natürlich Sinn, ne? Ist ja klar. Und der könnte auch hier aufreißen. Oder? Was meinst du? Sollte ich noch ein, zwei Löcher hier hin machen? Vielleicht an dieser fetten Stelle so, oder? So da? Meinst du nicht? Ich weiß es nicht, oder? Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Dann fragst du den richtigen. Das gehört. Ja, ein, zwei Videos habe ich geschaut, deswegen. Wenn ihr jetzt erstmal schleifen komplett, alles runter und danach schauen wir rein. Ich habe gesehen, dass er erstmal die Farbe abgemacht hat, weil wir später das Ganze hier kleben und dann spachteln werden. Das heißt, nicht auf die Farbe. So habe ich das verstanden. Er hat zwar nicht erklärt, aber... Du hast es gesehen. Ich nicht. Dann kann ich ja zusammen gucken. Na klar, gerne. Ich gebe gerne Tipps und Tricks weiter, wenn ich es weiß. Ich wollte sehen, was du für eine Reaktion hast. Jetzt die Reaktion. Das ist auch eine Kunst. Ich fühle mich auf einmal wie ein Lackierer. Kennst du die? Die, die ich jetzt mal machen soll. Ganz cool so. Du hast den gestreichelt. Die lackiert auch immer so voll cool drauf. Also die, die ich mal gesehen habe. Was hast du für gesehen? Wir werden jetzt das Ganze hier aufschneiden. Wenn wir einfach eine dicke Fläche haben für unsere Verbindungsstücke. Das ist dann halt das, was wir sehen. das ist gar nicht ganz aufgemacht du hast hier so eine richtige diesmal wird das werden wir natürlich benutzen und das ganze jetzt das heißt verschweißen das ist ja als würde man das wieder zusammen tacken oder so und das wenn wir jetzt machen der aber in so langen so das steckt man hier rein und das ganze wird dann richtig heiße kennt das doch wenn man da reinstecken kann überhaupt was das denn hier aha problem die seite kann ich gar nicht reinstecken jetzt kann ich es reinstecken ich glaube da war ein schutz drin kann das sein und dann wird das so heiß jetzt glüht das der will nicht fokussieren so eine klammer drinnen muss das nur noch außen bleiben die steckt man dann schneidet man dann ab wahrscheinlich dazu kommt man auch das doch erst mal gucken dass mich jetzt mal alle fertig machen ich habe das gefühl das ding wird nicht zu heiß ich glaube du musst es einfach länger halten wenn du es so richtig rein kommst wahrscheinlich nicht aus wir machen das ganz langsam ganz langsam ganz 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 großes kino hier also ich glaube meins das andere was ich michelle geschickt habe war tausendmal besser ich glaube auch das liegt am gerät ja weiß noch da wo wir die s3 stoßstange gemacht haben so das ding hat die drähte haben wie lange der braucht und das glüht auch nicht hier drin ist zu heiß also wir müssen warten das ding abkühlen das heißt jede minute hier kaffeepause machen er glüht nicht das ding glüht einfach nicht will nicht glühen deswegen kann der auch nicht so sich so tief rein drücken ist das problem bei dem anderen hast du gar nicht so viel drücken müssen da ging das schon wie im butter so alle raus so gut wie das sind jetzt paar stück ich habe mir noch mal das besorgt das ist zwei komponenten kleber das heißt wir werden das ganze das ist nichts für mich ein anderer war gut naja ich kann jetzt aber nicht warten blockierei wartet ja die wollen ja endlich anfangen die kirra bin wer danach urlaub machen brauchte auch nach dem mutter das ding ist aber saustark nicht klebt ziemlich schnell trocknet es auch schnell ich weiß es nicht ich habe mit diesem kleber noch nie gearbeitet aber so viel ich weiß ja das soll schon krass sein da warten wir mal ab so dann ist die spannung schon mal raus hier aber da haben wir noch mal reichlich spannung ja ach du mal hier ja niggas kann fuck with this whole thug now i was born in the gutter facing life of death i was a thug ever since my mama gave me breast these motherfuckers wanna see me die so who am i to try to warn them a fucking bomb them niggas fly hey remember me damn that in the sea the nigga you don't wanna see let me proceed my definition of some thug shit y'all don't hear me now that it's poppin ain't no love bitch i'm maintaining the game in the gutters where i still kick it i'm trying to hustle up a meal ticket i'm still wicked in my ways i hustle to my dying days ain't nothing wrong with getting paid so niggas blaze cause we some motherfucking fools walking through the streets wearing jews breaking niggas breaking moves even the cops can't stop us my enemies flip when they see me drink i'm fit to that in the sea this is ronstein to us also hier ist echt gut ich schwör's dir alter echt das ding ist scheiße ist das ich brauche mir gleich selber eins wie ihr gestern gesehen habt hat unser Gerät nicht so geholfen darum muss man das ganze mit zwei Komponentenkleber erstmal so weit fertig kleben damit wir die Form schon mal haben und das ist schon mal wichtig die Stuhlstange ist eigentlich jetzt komplett geklebt das ist auch stabil die Stellen wenn wir jetzt bearbeiten das ein bisschen schleifen und dann wenn wir mit Glasfaser arbeiten dass wir die hintere Stelle richtig schön fest haben stabil haben weil das ist eines was wir machen können hier nochmal mit diesen Dingern wird es nicht bringen also das ist Schwachsinn das Ding bringt auch nichts wir werden es auf klassische Art und Weise machen mit dem Bis zum nächsten Mal. Also wir haben es ja nicht geschafft mit dem Gerät zu machen. Dann haben wir uns ja mit den zwei Komponenten Kleber beschäftigt. Ging auch nicht. Ja, so ein bisschen schlecht gelaufen. Natürlich. Mal gucken, ob ich von Cell Cannabis jetzt was gelernt habe und von Achmed haben. Ich brauche noch die Form. Das ist wichtig, dass wir die Form beibehalten. Und nicht verändern, richtig. Ja. Ja, weil sonst kann ich hier bis zum Abwinken hier draufballern und wird trotzdem nicht. Ja. Wenn man die Form verliert. Wenn man die Form verliert und das geht schnell bei Spachteln. Echt jetzt? Ja. Also, ich kann ja auch nicht Spachteln. Ach, da ist auch schon. Ja. Trauen du mal weiter hier. Ey, ist doch gut aus hier. Ja. Von wegen, ich kann das nicht. Ja, dann habe ich auch weggeschliffen zwei Stunden. Ja, aber es ist doch okay. Ja, die Stuhlstange ist vorne eigentlich soweit ready. Hast du jetzt auch diese Stellen hier auch gut zugekriegt? Sieht doch ganz okay aus eigentlich, ne? Aber ein, zwei Sachen hast du ja hier noch. Ja. Okay. Naja, das Ding ist schon. Vertrocknet oder was? Ja, das schon. Ich mache doch noch ein bisschen hier Mischmasch. Geht nicht, das ist schon hart. Echt jetzt? So schnell? Das ist schon hart. Ja, ja. Hier habe ich Glaswasser gemacht komplett. Innen. Zwei Schichten so. Ach, deswegen sind hier so wirklich überall Dinger hier. Jetzt mal aufpassen, wie schön, wie schön stabil das Ganze hier ist. Boah, das ist aber echt richtig hart, das Zeug, ne? Hm. Hey, das stinkt aber fürchterlich. Ist das das? Ja. Cool. Ey, cool. Ey, es gibt ja richtig Stabilität, das Ding ist ja optimal. Ja, also man kann vielleicht sogar sich überlegen, auch noch eine Schicht hätte ich auch gemacht. Aber leider habe ich nur noch das gehabt, was ich hatte. Ich habe zwar Schwachtel noch da, aber ich habe kein Glasfaser. Sonst hätte ich noch mal ein oder zwei Schichten gemacht. Aber ganz ehrlich, das ist doch tausendmal besser als dieses andere Ding, wo du die Nägel da reinhauen musst. Kleber kannst du eine Tonne kloppen. Ja gut, Kleber kannst du vielleicht so Kleinigkeiten machen. Nein, weißt du, was das Gute bei diesem Kleber war? Dass wir das erst so zusammengeklebt haben, dass das Ganze erst mal klebt. Und dann hinten habe ich hier komplett Glasfaser reingemacht. Und danach konnte ich vorne, hier alles, konnte ich dann schön spachteln, verspachteln und dann nochmal fertig. Also das war echt gut. Ansonsten echt eine Katastrophe. Natürlich wird der Lackierer noch sehr viele Stellen finden, wo er spachteln muss und so weiter. Hast du doch gerade so groß getönt, dass du das kannst. Weißt du was? Ich werde dir jetzt eine Mischung machen und dann machst du diese beiden Stellen. Aber um diese beiden Stellen zu machen, müssen wir erst mal schleifen. Hier ein bisschen schleifen und hier schleifen und dann spachteln wir das noch. Okay? Okay. Zeig, was du drauf hast. Ich darf da gar nicht drankommen, oder? Warte mal, warte mal. Was machst du denn? Du sollst die Seite hier machen. Ja, warte. Das darf ich ja gar nicht hier, ne? Das solltest du nicht machen, bitte. Ja, okay. Ist ja gut. Aha. So, Eidosch, wie ist das? Ist schon schön, aber man muss ja wissen, was man tut, ne? Ich weiß nicht, ob ich das weiß. Aber du machst das echt gut. Okay. Komm, komm, mach mal unten nicht drauf. Keine Angst. Der Spachtel kann auch später runterschleichen. Meinst du, wenn es zu viel drauf ist? Okay. Und unten. Zack. Mehr weg. Mehr weg unten. Ja. Versuch nochmal hier nochmal eine Schicht drauf zu klatschen. Wo? Da. Ja, da. Genau. Noch mal, so hier drauf. Ja. Ja. Das ist zu viel. Einer hat sich noch das jetzt weg. Das ist gut. Das würde ich auch so weit. Ja. Unten nochmal durch. Eidosch, hast du schön gemacht. Die Seite ist perfekt. Wenn du willst, können wir nochmal die Seite nochmal anschauen. Ich habe mal rumgesaut hier. Aber die Seite ist auch gut. Hier brauchst du auch nichts machen. Ist echt gut. Viel Spaß, das Ganze später runterzuschleifen. Ja, was soll ich machen? Der ist hart gewonnen. Okay, nicht mehr machen, sonst hast du es kaputt. Ach so, deswegen bist du es so gut. Ja, ja, ja. Eidosch, echt super. Hier. Guck mal, wie die Stuhlstange vorher war. Und wie sie jetzt aussieht. Wie sie jetzt aussieht. Und hier. Er hatte ganz viele Risse. Bis hierhin hat er einen Riss gehabt. Weißt du ja, ne? Ja, klar. Er war komplett durch. Krass. Ja, gut. Stuhlstangen, Seitenschweller sind fertig. Jetzt gehen wir ran an den Rost. Die hintere Partie wird dann nochmal einstellen, das Herr Kanabel. So, dass die Stuhlstange ohne Probleme passt. Ausdruck werden wir nochmal einstellen. Unten haben wir ja gar nichts. Ich weiß nicht, ob wir den hier noch versuchen zu retten erstmal. Ich glaube ja. Wir werden es versuchen zu retten, wenn nicht neuen Kutschübeln. Hier, vorne. An diesem Kutschübeln. Das war's. Sonst haben wir nirgends noch Rost. Also, jetzt nur noch Rost fertig machen. Und dann ab zum Lackierer. Geil? Eigentlich hast du gut gemacht. So, wenn ihr es auch meint, könnt ihr auch gerne mal kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Video eurer Kraft. Bis dann. Haut rein. Ciao. Das war's. Das war's.